Warum auch immer. Ich dick. Frisch geht es jetzt, Läger. Ne. Ich hab neun Sekunden, um das zu gewinnen. Sechs. Fünf. Schaffste, easy. Vier. Drei. Nein! Hätte ja was mehr angekommen. Hätte geklappt. Hundertprozentig. Hat niemand gesehen. Hm. No Armor. Einfach SSG, dieke. Wierd. 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 Ich hab auch Bind. Ich hab auch Bind. Was ist der 180er FV? Alles. Da sind welche in der Mitte. Die haben da get smoked. Wahrscheinlich pieken die. Ich will da nicht hin. Wierd. Junge. Ich hab mein Leben grad so gefacepampt. Ich hab grad 180 FV reingemacht. Und sterb ich einfach so richtig schlecht von Mitte. Einfach von hinten, Mann. Da Dick, du machst wieder dein 0,9er FV. Das macht aber viel mehr Spaß. Nein. So funktioniert das Spiel nicht. Du darfst keinen Spaß haben. Mach einfach 5k Headshot. Jetzt. Such nicht, ey. Ninja. Easy. Wenn man so ein bisschen in die Wand gucken würde, könnte man nie mal sagen, ob wie viele Leute und Spots sind. Einer. Und der ist Safka. Oh, das wird bestimmt funktionieren. Wird funktionieren. Du bist ein Mistgebursch. Oh ne. Ich schwöre, das war close. Das war wirklich sauklose. Das war ein Brady Bot. Das war ne Millisekunde. Der war so richtig close. Der war net so scheiße, Mann. Der ist einfach an dem einen vorbei. Oha, mir wird aufgeschossen. Hey, ich wart drauf halt. Ach, der hat ne Scan-Fernicke-Bild. Ich dachte, du redest von nem schlecht gezeichneten. Ja, warte mal. Geistlich dumm. Oder mental beginnend. Ich hab nicht ganz was vergessen, dass ich nicht gedustet werde. Ich bin so f***ing. Ich hab mich aber auch weggemacht. Einer links unten im Heuerschnitt. Einer links unten im Heuerschnitt. Einer links unten im Heuerschnitt. Ich spiel jetzt seit der zweiten Runde. Einer rechts in Dingens. Mit 180er IVV. Und drück seit der zweiten Runde nichts. Hör auf mit dem 180er IVV zu spiel'n Blixer. Hör auf mit dem 180er IVV zu spiel'n Blixer. Ich hab mir jetzt erstmal nen Kakao gemacht. Hallo, drop mir an ne Diegel. Du spielst nicht mit dem 180er IVV. Ich kick dich. Der Robin, glaub mir an ne Diegel. Der Robin, glaub mir an ne Diegel. Und dann meinst du, ich hab nur Revolver. Drop mal nen Revolver. Ah. 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 Ich kann ja ne Attack legen. Ich kick dich. Mach doch. Noob. Mach ich. Mach. Noob. Mach ich. Noob. Wenn jetzt gleich ein Boot kick kommt, der, der den Boot macht und du kick. Okay. Okay. Man kann sich lieber selber kicken. Warum geht das nicht mehr? Was? Man kann sich nicht mehr selber kicken. Oh ne. Versuch's mal. Du kannst dich lieber selber kicken. Doch. Da, guck mal. Der Boot wurde gemacht. Kickt ihn. Wie ein Hugensohn ist. Wie ein Hugensohn. Nein. Wie er mich so fühlt. Alter. So ne Mischung. Wohlte man. Nein. 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 Kick ihn. Er hat gesagt, wer den Boot macht, wird gekickt. Also. Alter. Er hat so gesagt, das geht jetzt. Wir probieren das aus. So ein Huch und so. Nein. Kick ihn. Kick ihn. Du bist so ein Hugensohn. Ist okay. Ich mach wieder. Ist okay. Shit. Shit. Mann. Für dich. Ich würd's einfach gerecht zu wollen. Glaub ich dem überhaupt noch irgendwas, Mann. Das war locker schon. Das ist das 90. Mal, dass du mir Trich ins Gesicht gelogen hast. Puh. 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 Och Mann, ey. Das war immer ein Spaß am Spiel. Du seid ja eigentlich boosted. Einfach durch. Noob Cheater. Ich geh halt. Zwei Short. Als einzige Runde. Wachen wir den. What? Ich hab halt auf Shadow gehört. Mach meine Legit Convig wieder rein. Und das müsst ihr euch feststellen. Der ist dumm. Der ist fake. Der ist ein Noob. Nein. Ich würde einfach jemand von jemandem pushen. Der letzte kommt übrigens oben in B-Apps. Shhh. Er ist uns. Puh. Schaffst du nicht, Shadow? Das ist scheiße. Der zieht, der zieht, der zieht. Sieben, sechs, fünf. Nice, Junge. Was gehört, Shadow? War jetzt voll krass mit dem Ava, den er drin hat. Äh. Äh. Wann? Wo ist Robin? Du brauchst eine Ava, um zu triggern. Damit du auch mal was drückst. Das lustige ist halt, selbst mit Ava drück ich nix mit Trigger. Ja. 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 Ava drück ich halt nix aus, als sie laufen rein. Sonst kicken. Ja. Das war schon ziemlich gut gespielt. Ich dachte, du wirst den Kick, wenn du weiter schietest. Ja. Hey Junge, ich hab 1-2er wieder drin. Ich hab wirklich 1-2er wieder drin für dich. Ich hab zwar gebhoppt. Wie süß, Alter. Aber das interessiert ja jetzt nicht, ob ich bhoppe. Ich bin halt einfach Fuhn. Und lol you. Wo ist Stefan? Ich glaub du musst sterben. Ich will uns sterben. Ich will uns sterben. Und da war der Trigger-Shot, Alter. Da war der Trigger-Shot, Alter. Da war der Trigger-Shot, Alter. Da ist kein Trigger. Da war ne Aave. Da war ne Aave. Ne. Es sah erstens aus wie Trigger. Zweitens war's dann halt dein No-Aima mit Auto-Fire. Aber legit war das nicht. Trenie-Busch-Bit-Counter-Streck-Global Offensive. Ich verstehe jetzt gar nicht. F***ing-Wipp-Man, f***ing-Dude. Just piss in the f***ing... Hab ihn. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Einer Jungle Ich weiß Alter, wär der nicht gestorben, ne? Na, war halt schlecht Äh, hast du gesehen? Wir müssen jetzt die Bombe holen Letzter war short Ja, letzter Hat den gesehen? Du hast ihn gesehen Ich weiß Der war ein Legend Kappa Oh nein, Wack ist kommen, Jungs Please Again Ich hab Geld, wir machen noch ein Game, aber auf einem anderen Account Warum? Nö Ja, du, Cedric wechselt schon Account Weil Cedric ist los Ich will schlafen Hä? Du gehst eh nicht zur Schule, was laberst du? Ich will schlafen Ich find den voll geil Oh mein Gott Wie? Nein Nope Team Junge, ich hätte Der dritte Shot war so drauf Alter, ist das traurig Aber ich weiß, warum bei mir nicht rein gehst Weil ich meinen VPN dann hab Das ist halt Watt war ja schlecht im Game Ja man Erstmal springen Ja man, das springen war natürlich intentional Der zieht Der zieht Der zieht durch Der zieht durch Echt? Robin, der zieht durch Warum hast du den ja nicht aufgehalten Warum hast du den ja nicht aufgehalten, Robin? Der hat durchgezogen Junge, das wird so reported Ich setze jetzt meine Sonnenbrille auf Dadurch bekomme ich Special Alter, wie ist das Sieht so aus, als hätte sich Stefan einmal drauf gesetzt Sunglass ist das nice Völlig mit Fett überzogen, der Robin? Doch, weil du bist so fett Dass du fett abgibst, wenn du mich hinsetzt Das ist nice War, Alter Du verbrennst so viel Fett durch die Bewegung Vom Aufstehen, dass du 200 Kilo verlierst Und trotzdem noch 1000 gienst Ah, nix Jedes Mal Verliert einfach mal Leben Guck mal, wirst du schlecht? Kannst du nicht mal mit Hex was? Ja, schlecht, Shadow Guck mal, du bist nicht mal Du bist nicht mal zweiter Na, wo dieser BH Wenn der Report in Rest in Peace Der baitet immer seine Teammates Mh, 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 mh Mh, mh Mh, mh, mh Mh, 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 mh Habt den halt echt nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin Röhm Loll Das war das Gib mal die Bombe als Was tut du Was? Sending Raider Was denn? Ich behaupte doch nur Das ist sogar noch humanized. Coco Bolo into the Bolo. Coco Bolo, okay. Jetzt Pelle es rein, sterb dabei. So eine AWP mit einer Legal zu face ist gar nicht mal die gute Idee, oder? Pussy. Okay, face ich die halt. That's how real men face their enemies. Ach nein, Robin! Ich hätte nur durch die Smoke geholt. Ich treffe halt nicht. Aber kannst du mal aufhören, alter Dross-Mister-Arve. Ja, Robin, ich habe eine Arve für dich. Robin, ich habe eine Arve für dich. Hier. Gib mir eine Arve an. Wow. Ja, Revolver. Ich wollte die halt echt droppen. Ich wollte die halt echt droppen. Jetzt halte ich so ein großes Gerücht. Ey, war keins. Komm, ey, Cheetah. And a little cheetah up in my asshole. Ja, minus 60. Warte mal. Ja. Oh Mann, Cedric, der hatte minus 50. Du bist so schlecht. Cedric, der hatte minus 50, Cedric. Ich bist so schlecht in dem Leben. Weil es mich auch gejuckt hätte, dass ich auf der minus 50 oder minus 100 hätte, Alter. Ich bin jetzt schon tough-schock gegangen. Cedric, du hast eine Arve und triffst damit halt nicht. Ist ja egal. Ich nehme und gebe die nicht mehr ernst. Ich mach halt eh schon relativ dreist. Kann ich halt auch. Mann. Neee. Bin halt afk, wenn ich jetzt sterbe. Vor allem. Pusht einmal. Heckball. Digga, was will ich jetzt eigentlich? Das ist eine Fresse, ey. Hab'n Glück, bekomm'n afk. Bye. Kich- Shadow. Schmeckt's? Schmeckt der da eigentlich? Hehehe. Der sagt gar nichts mehr. Ah. Tja, Shadow. Verliebt bin ich überhaupt gut. Ja, jetzt kann mich auch niemand mehr kicken, jetzt rage ich durch. 180er FOV. Wie ist das? Hallo? Kopf. So werd ich eigentlich immer gebannt. Jedes Mal werd ich mit dir spiel, werd ich gebannt. Du bist halt schlecht in dem Gang. Hey, du wirst gebannt. 180er FOV. Halt die Fresse doch mit. Stefan, wie geht's Ihnen? Eigentlich ganz gut, war nur ne halbe Stunde. Alter, ist ja kaum ab. Junge, ich krieg richtig Ohren, ey. Alter. Alter. Was ist los? Was passiert da? Wir machen alle Rechtsklick mit der Glocke, Mann. Ich find das Spiel ist halt sexist. Stefan ist fett und es gibt keine fetten Models, mit denen er sich in 1,2 Kits wieder geben kann. Das ist doch keine Hamster-Models für dich. Das ist echt schade, Mann. Das ist echt schade, Mann. Das ist echt schade, Mann. Äh, Stefan, wir spielen nach League, okay? Nein, ich spiel mit dir ein Hamster, tut mir leid. Aber ich spiel auch nicht mit dicken Menschen. Bei dir bist du gerade eine Ausnahme. Hast du gerade eine Ausnahme? Ich sag doch, bei dir ist eine Ausnahme. Das macht keinen Sinn, was du gerade überhaupt laberst. dann. So ein Behindert oder Dick oder so? Beides. Alter. Alter. Hast du sehr Treck? Sehr Tricos blatant. Immerhin Zweiter. Nimm was? Lass mal ARK spielen, Robin. Was lachst du so behindert? Hast du da noch eintrauchen? Was? Lass' mal ARK spielen, Robin. Hallo? Das ist aber ne tolle, das ist toll, das es gefällt, ne? Robin. Was? Lass mal ARC spielen. Ne, ich spiel kein ARC, das ist das Game. Warum? Du hast doch. Ich habe das nicht installiert. Erstens, zweitens habe ich keinen Bock auf ein Simulator-Farming-Game. Drittens, äh, lass mal League spielen. ARC spielen. Ich habe alle meine Champions zurückgegeben und mir eine Malzahe geholt, weil ich nichts kann ohne den. Ah, klar, Degar. Spielen. Minecraft spielen. Legend-Minecraft-SG spielen. Bin Shadow-Bot. Und spiel mit. Ich spiel gerade Minecraft. Ne, wir spielen gleich League of Legends. Ne, ich geh gleich schlafen. Ja, du, nicht? Du bist auch nicht gefragt. Dann, dann spielt ihr halt Legend-Minecraft. Ist doch ne gute Idee, Robin. Wenn ihr alle platt sollst du die Tickets gehen. Wenn du den Server kaufst, dann mach ich das auch. Vielleicht extra eine Let's Play Minecraft, äh, Let's Play auf deinem YouTube-Kanal. Ich bin der krasseste Spieler, EU-West-Alde. Und da, aber Legend dann, okay. Kein, kein X-Ray. Was? No X-Ray. Der war never drauf, Sertrich. Doch, war der. Auf jeden Fall. Du, ich hab ein wildes Feuer-Case bekommen. Ja, war ein gutes Spiel auf jeden Fall, ja. Okay, komm, Liedotman, Stefan. Äh, Ende der Folge beende ich jetzt so mit den Worten, Stefan ist ein dicker Russe. Und das mache ich dich an dafür. Okay. Stefan ist ein dicker Russe. Tschüss. Nö. Nö.